hey leute und willkommen zu einem neuen video heute wollte ich euch den infinity club einmal zeigen weil da was neues rausgekommen ist und ich nehme später noch ein video auf zu dem neuen haus weil ich habe es mir schon lange gewünscht und endlich ist ein cottage core haus rausgekommen und ja ich bin noch immer ein bisschen krank deswegen habe ich im moment mehr zeit zum aufnehmen und ich hoffe euch gefällt das video lasst gerne ein like da und schreibt in die commis wenn ihr irgendwie was besonderes von mir sehen wollt keine ahnung irgendwie so ein live experiment oder noch mehr outfit videos oder so viel spaß beim zuschauen wir sind Untertitelung des ZDF, 2020